Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Musik-Tag, Freitag. Hey! Handy! Ich muss das Handy demnächst wieder lautlos machen, wenn ich hier was aufnehme, naja. Also es folgt jetzt halt... Fuck! Ja, zu dem Biet ist folgendes zu sagen. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Video hochgeladen, das heißt Music with Entertainment, das Zeitvertreib Teil 1. Ich werde es hier verlinken. Da habe ich eine Instrumentalversion gemacht, selbst mit meinem Mund. Die Anregung habe ich von South Park, von irgendeiner Folge Cash for Gold oder sowas, oder keine Ahnung. Ziemlich geile Folge. Da habe ich nur eine Instrumental damals hochgeladen. In vier Tagen und einem Monat ist es zwei Jahre her, dass ich das andere hochgeladen habe. Damals habe ich mir noch gedacht, ich lade auf jeden Fall... Ich mache da noch ein Ding dazu. Lyrics. Und das habe ich auch gemacht. Und habe es dann aber nie hochgeladen, weil es zu behämmert war. Es hat überhaupt nicht gepasst. Es war richtig dumm. Ich habe das wieder gefunden und dachte mir, heilige Scheiße, das ist richtig behindert und peinlich. Aber es ist Dummschwätzer-mäßig auf höchstem Grade dumm. Ja, also es passt. Von der Dummschwätzer-Rei ist es echt genial. Also ich habe gerade eben wieder reingehört, seit 80 Milliarden Jahren nichts mehr davon. Und dann dachte ich mir, wow, ich war damals schon ein ganz schöner Idiot. Und deswegen ist es jetzt hier für euch, das Lied. Ich werde es hochladen noch auf Soundcloud und die Mediafeier und so. Und wenn ihr die Instrumental haben wollt, aber wer will das schon, nicht wahr? Ja, also dann viel Spaß mit dem Lied. Schreit nicht so. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen, also das Lied mit den Lyrics kommt dann nächste Woche Freitag. Aber die Instrumental kommt jetzt, freut euch. Hört mal rein. Ba, 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 ba La 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017